Jo Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed. Wir zocken hier und kämpfen gegen Quidja. Äh, Kirtwe. Quidja, ich hab jetzt was mit Quid sagen verwechselt. Aber ich glaube, ich hab den Rhythmus raus jetzt. Gegen den. Steh auf, Evo. Und der Wache. Odin? Was verlangst du von mir? Du erhältst deinen Lohn, Wolfsmar, um den Ruhm meines Todes. Alles hierfür. Dein Feindenvater und sein sinnloses Koppel. Sieh, der Preis unseres Krieges, Wolfsmar. Die Ernte dreier Generationen tot. All ihre Namen vergessen. Nichts davon hat Bedeutung. Nein. Mein Clan wird nicht vergessen werden. Ich kämpfte so hart. So verbissen. Um zu leben. Denn ich weiß, was uns am Ende erwartet. Nur Dunkelheit. Die Ernte. Die Ernte. Die Ernte. untergangs Dein Vater ist tot, Gorm! Seine Schuld getilgt! Öffne die Tore, du wirst verschont! Willst dich in Scheiße, Wolfsmal! Bogenschützen zielen! Raben! Sei keine Gnade! Bogenschützen! Feuer! Macht doch ein Schildwall! Stellt die Leitern auf, ihr Schlappschwitzer! Reine! Über die Mauer! Und reiß das Tor nieder! Ich möchte erstmal hier runter, da war noch was zu holen hier irgendwo, oder? Oh, ich kann euch, ich kann denen nicht helfen! Da, was ist das hier? Was machst du denn da? Ich weiß nicht so richtig! Geh voran, Evo! Wir freuen uns hier! Boah, weißt du, das ist doch... Mit meinem Aim hier... Ich hab' doch gar die Maus genommen... Hä? Da steht er doch! Das Heiter, seine Götter schützt ihn! Ja, ich weiß halt nicht... Egal! Nee, komm! Dann gehen wir jetzt hier radikal vor! Da ist noch ne Leiter am Start! Oder wir nehmen die ganz hinten! Ist mir sogar ein bisschen sicherer! Oh, ich hasse das! Oh, ich hasse das! Oh, ich hasse das! Ich mach mal die Tore noch nicht auf! Wenn du dich herunterlässt! Oh, ich will dich, die Tore noch nicht auf! Au登... Oh, ich weiß ja! Ah! 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 Das war's für heute. ja hallo bewegt dich doch mal ach so der hat ja auch noch Probiant was ist denn das mit dem Spiel hier zeigt auch nicht mal rot an so 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 okay ich glaube es ist gescriptet so so er sieht aus wie boah jetzt hab ich den Namen vergessen nicht wie Quid sagt warte mal da liegt ja noch einer ein boah nein ich weiß nicht so so wie ja 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 das Was macht denn die Kamera da? Da ist was drin! Da ist was drin! Warte mal! Ne, war nix! Schade! Wär cool gewesen, weil da oben hätt ich nur... Ah, warte mal, seh was! Warte, warte, warte mal, warte mal! Warte mal, komm doch hoch, wenn du was willst! Was? ja hat er was für mich nehmen ja gar keine die er von mir gefressen hat, mehr auch nicht Mobian ist voll komm ich denn da rein? weißt du, vor allem die kämpfen hier und ich frage mich, wie komm ich da rein ja, komm gut, ich weiß wie ich es machen muss ah, die säule im weg, ne keine Pfeile mehr sind wir noch welche? ah, das nervt mit dem Pfeileschießen, ja lass beide Brüder in Frieden ich war grad bei Odin ich war grad bei Odin ah, jetzt ein Wasserfall, oder? wow hab ich doch richtig gehört ja ach blinder führ meine Hand zum Ruh ah, lego mio ja oh, das war aber fies ja ja, genau Ja, in der Sequenz. Ja, schön eingequetscht vom Tor. So, und hier machen wir nochmal einen Cut, bevor wir dann zum Schluss kommen hier. In die letzte Verteidigungslinie. Hau darin bis dahin.